Die Kombination aus dieser Systemik und wiederum den praktischen Beispielen. Warum? Weil das eigentlich wirklich den größten Mehrwert für mich geübt hat. Und was fällt mir noch ein so als Unterschied? Wirklich dieses hybride Format der Wissensvermittlung. Also so heißen, einerseits die Learn Bytes, zeit- und ortsunabhängig, plus dann die Coaching Sessions. Das finde ich sehr wichtig. Kursen mit Ferry sind wie ein Lotto, wo man jedes Mal gewinnt. Es gibt immer noch etwas Neues. So haben wir den Versuch gestartet, das Programm mit Ferry Fischer gebucht und nach eineinhalb Jahren, würde ich mal sagen, war das eine der wichtigsten und richtigsten Entscheidungen, die ich damals gemacht habe. Der Unterschied zu anderen Kursen bei Ferry Fischer ist aus meiner Perspektive der, dass es sehr greifbar ist, sehr praxisorientiert und wirklich Tools an die Hand gegeben werden, die man auch tatsächlich direkt umsetzen kann. Als einer der wenigen Trainer oder Coaches, der in der Lage ist, mich zu steuern. Da gibt es nicht sehr viele, denen ich noch zuhöre, aber da habe ich immer ein Ohr offen und das ist eine vertrauensvolle Beziehung, die ich aufgebaut habe. Was ich an Ferry sehr schätze, er will die Dinge wirklich verändern. Er hat uns sehr dabei geholfen, uns neu auszurichten, wirklich Veränderungen im Mindset zu bewirken und das macht er sehr, sehr gut und dafür setzen wir auch auf seine Kurse ein. Für mich persönlich war es auch eine starke Weiterentwicklung, weil auf der einen Seite theoretische Leadership Methoden auch mit praktischen Anwendungen verknüpft wurden, aus denen ich viel lernen konnte. Ein sehr ausgeprägter Awareness erzeugt in der Eigenreflexion meine eigenen Person, meines eigenen Wirkens. Der Ferry arbeitet grundsätzlich nicht mit der Egalisierung von was ist Coaching und was steht im Lehrbuch seit der 38 und das müssen wir jetzt alle verinnerlichen und bitte tut das und wenn es das nicht wird, dann seid ihr nicht für Coaching geeignet. Nein, der Ferry nimmt sich dem, der gegenüber sitzt, aber er wird persönlich, im Sinne positiv persönlich. Er schaut einem hinter das Geweih und das erkennt er relativ schnell. Das ist eine Gabe, die der Ferry hat, die ich im Leben noch nicht so kennengelernt habe. Für mich haben die Kurse so gewirkt wie ein guter Espresso. Von höchster Qualität und durch die speziellen Zubereitungsmethoden wird er immer besser. Und als Slogan, kurz in der Zubereitung, aber stark in der Wirkung. Ich könnte jetzt nicht eine Person nennen, die ich nicht empfehlen würde. Ich glaube, davon würde jede Person profitieren. Ferry Ferry ist ein klasse Typ und ein klasse Coach. Do a course with Ferry and become a better leader.